Wie ist der Zielstock? 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 Moin und Wartmannsheil vom Team WINS. Pierchen ist für uns als Jäger das Größte. Um trotzdem einen sicheren Schuss anbringen zu können, weil man in der Regel ja keine geeignete Auflage besitzt, führen wir einen Zielstock mit uns. Vorstellen wollen wir Ihnen heute von der Firma Vanguard den WOAM 234 TU. Das Besondere an diesem Zielstock ist, nicht nur, dass er in der Höhe verstellbar ist, das kennen wir von anderen Zielstöcken auch, sondern seine ausklappbaren Füße. Dies ist wirklich eine klasse Hilfe, denn so habe ich einen deutlich festeren Stand als bei Zielstöcken mit einer einfachen Spitze. An den Füßen ist ein Kugelgelenk, welches man arretieren kann. Und so ist es möglich, den Zielstock auch in alle Richtungen zu neigen. Neben einer Handschlaufe befindet sich ein Karabiner am Zielstock, um diesen zum Beispiel am Rucksack zu befestigen oder Ähnlichem. Wenn ich die Zielgabel abschraube, zum Beispiel beim Transport sehr zu empfehlen, habe ich die Möglichkeit, hier oben das Gewinde zu schützen durch eine Gummikappe. So wird das Gewinde nicht beschädigt beim Transport. Durch die vierstufige Verstellmöglichkeit lässt sich der Zielstock von 62 bis 159 cm verstellen. Auch ein Anschlag vom Stehenden zum Knieanschlag ist problemlos machbar. Weidmannsheil auf der erfolgreichen Pirsch wünscht Ihnen das Team Günz. Und dann Seite. Und dann die Füße zur circeldi-Aspaz. Und dann neu zum Knieanschlag von 35 bis 155 bis 156 bis 158. Und dann in die Knieanschlag von 504 bis 155 bis 154 bis 1568. So wird das für die Wunschung genommen gelungen. Also wird das Brille sein,